Der ICE im Hauptbahnhof Mannheim, Berlin Hauptbahnhof, Abfahrt 13.06 Uhr wird ca. 14 Minuten später abfahren und verkehrt ab Gleis 8. Der Grund dafür ist eine Änderung im Fahrzeugeinsatz. Der ICE im Hauptbahnhof Mannheim, Berlin Hauptbahnhof, Abfahrt 13.06 Uhr wird ca. 14 Minuten später abfahren und wird von Plattform 8. Das ist durch die Veränderung im Fahrzeuge.